Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf CoinShake. Heute geht es um Rayblocks. Rayblocks hat in den vergangenen Wochen und Monaten an enormer Popularität gewonnen. Denn Rayblocks bietet Instant-Transaktionen ohne Transaktionsgebühren an. Es verwendet nicht wie beim Bitcoin eine Blockchain, sondern eine Blocklettice, also statt einer Blockkette ein Blockgitter. In diesem Video möchte ich euch so einfach wie möglich erklären, wie genau das System von Rayblocks funktioniert und welche Vorteile es gegenüber Bitcoin und anderen Kryptowährungen besitzt. Abschließend werde ich meine Meinung zu der Fragestellung, die sehr oft im Moment im Raum steht, teilen, ob Rayblocks Bitcoin ablösen kann. Viel Spaß dabei! Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ich bin kein professioneller Anlageberater und das ist keine Anlageberatung, sondern meine persönliche Meinung zu Rayblocks. Ja, um zu verstehen, wie Rayblocks kostenfrei und sofortige Transaktionen ermöglicht, muss man natürlich erstmal im Klaren sein, wie Transaktionen bei anderen Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin, ablaufen. Denn Bitcoin kann eben keine Instant- und vieles Transaktionen bieten. Also was ist der genaue Unterschied zwischen Bitcoin und Rayblocks? Bei Bitcoin haben wir eine Blockchain und diese Blockchain enthält von jeder Person alle Transaktionen. Wenn man also im Bitcoin-Netzwerk etwas versenden will, wird die Transaktion zuerst im Mempool gelegt, dann muss die Transaktion warten, bis sie von einem Miner in einen Block aufgenommen wird und dieser Block wird dann in die Blockchain übertragen. Das ist also ganz kurz und einfach beschrieben, wie die Funktionsweise von Bitcoin ist. Man sieht natürlich direkt bei diesem System, also bei Bitcoin, dass es zu Verzögerungen kommen kann, da es beispielsweise dauern kann, bis Transaktionen im Mempool aufgenommen werden oder bis ein Miner die Transaktion aufnimmt. Aus diesem Grund sind halt die Transaktionen bei Bitcoin nicht unmittelbar, also nicht Instant. Rayblocks hingegen hat eine ganz andere Infrastruktur, denn bei Rayblocks hat jeder Account seine eigene Blockchain und alle Blockchains von dem jeweiligen Account zusammen ergeben schließlich eine Blockgitter. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, was in den einzelnen Blockchains vorhanden ist. Jede Transaktion, die du ausführst, wird zu einem Block in deiner eigenen Blockchain, also innerhalb einer Blockchain eines Accounts sind alle Transaktionen von diesem Account erhalten. Das Interessante bei Rayblocks ist jetzt aber die Herangehensweise, wie man etwas versendet. Wenn ich jetzt beispielsweise dir etwas senden möchte im Rayblocks System, kriege ich erstmal eine Send-Transaktion in meiner Blockchain und du dann eine Receive-Transaktion in deiner Blockchain. Man hat also hier einen Zwei-Stufen-Prozess. Zuerst wird die Send-Transaktion beim Sender generiert und dann wird beim Empfänger eine Receive-Transaktion hergestellt. Das Prozedere kann man super in dieser Abbildung im White Paper sehen. Also wie ihr in dieser Grafik sehen könnt, sind verschiedene Accounts A, B, C und dann haben diese Accounts jeweils dann diese Kreise mit dem S und R drin. Das S steht für eine Send-Transaktion und das R für eine Receive-Transaktion. Die Send-Transaktionen sind dabei immer mit einer anderen Receive-Transaktion von einem anderen Account verknüpft. Auf der linken Seite haben wir eine Zeitachse und dadurch wird deutlich, dass man nicht unmittelbar nach der Send-Transaktion die Receive-Transaktion generieren muss. Also es ist kein Problem, wenn beispielsweise dein Node offline ist oder du selber kein Internet hast. Also man sieht hier richtig schön, zu jeder Send-Transaktion gibt es eine Receive-Transaktion und die sind dann halt immer verknüpft und die Receive-Transaktion muss halt natürlich, ist ja klar, nach der Send-Transaktion stattfinden, zeitlich gesehen. Und so sind die einzelnen Transaktionen miteinander verknüpft. Durch dieses System hat Rayblox den Vorteil, dass die Transaktionen asynchron laufen können. Das ist das genaue Gegenteil, wie es bei Bitcoin der Fall ist, da bei Bitcoin die Transaktionen synchron verlaufen. Warum ist das aber ein Vorteil? Das ist jetzt ganz wichtig. Wenn ich dir jetzt etwas senden möchte, muss die Transaktion nicht mit anderen Transaktionen, die zwischen anderen Leuten stattfinden, zusammenhängen. Es würde also zwischen uns beiden abgewickelt werden. Bei Bitcoin hingegen wird die Transaktion zuerst im Mempool abgelegt. Dann muss die Transaktion warten, bis sie ein Miner aufnimmt. Gleichzeitig nimmt der Miner zig andere Transaktionen auf und alle Transaktionen werden dann in einem Block abgelegt und dann zur Blockchain hinzugefügt, wodurch die Transaktionen dann gültig sind. Also wie ihr seht, müssen die Transaktionen zusammen warten, bis die in die Blockchain kommen. Bei Rayblox, wie gerade erwähnt, wird die Transaktion eigenständig abgewickelt, ohne den Einfluss von anderen Transaktionen. Hierdurch entsteht die Möglichkeit für Instant-Transaktionen, da man nicht warten muss und da es auch kein Mining gibt. Jetzt ergibt sich natürlich die Frage, wie schützt das System sich gegenüber Spam-Attacken? Denn es gibt keine Transaktionsgebühren und die Transaktionen sind unmittelbar, denn theoretisch könnte jetzt jemand zig Accounts erstellen und dann mit sehr vielen Transaktionen zwischen diesen Accounts das ganze System voll Spam mit, keine Ahnung, x-beliebigen Accounts, x-beliebigen Transaktionen das Netzwerk überlasten. Und was passiert dann? Geht das System dann unter? Rayblox hat eine Spam-Prevention mittels Proof-of-Work. Wenn man an Proof-of-Work jetzt denkt, denkt man natürlich auch direkt an Bitcoin-Mining, aber bei Proof-of-Work, bei Rayblox hat aber nichts mit Mining zu tun. Es ist viel einfacher, denn dein Client muss ein einfaches kryptografisches Puzzle lösen, um Transaktionen zu senden. Hierdurch wird gewährleistet, dass kein Spam möglich ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist dann die unmittelbare Transaktion möglich, wenn erst ein kryptografisches Puzzle gelöst werden muss. Denn technisch ist es ja dann gar nicht instant und die Lösung ist einfach, dieses Puzzle ist vorberechenbar. Durch die vorherigen Transaktionen kann der Client eine Vorrechnung durchführen. Hierdurch wird dann halt die unmittelbare Transaktion gewährleistet. Eine weitere wichtige Frage ist die Konsensus-Frage. Was passiert, wenn wir einen Konflikt im Rayblox-System haben? Also wenn jemand zum Beispiel versucht, eine gewisse Menge doppelt zu versenden oder versucht zu betrügen, irgendwie den letzten Block sich nimmt und dann beim nächsten Block irgendwie zwei Blocks macht und sagt, ich schicke jetzt 100 Rayblox zweimal an zwei verschiedenen Leute, wie überprüft das System, dass alles mit rechten Dingen zugeht und um den korrekten Konsensus zu gewährleisten, wird Rayblox auch noch zusätzlich ein Proof-of-Stake verwendet. Wenn man Rayblox besitzt, kann man die Voting-Power an Repräsentanten geben, die die Konflikte lösen können, indem sie für die richtige Transaktion voten. Dadurch wird halt gewährleistet, dass nur die richtigen Transaktionen durchkommen und dass da halt nichts Falsches im System ist. Das Coole dabei ist, dass diese Repräsentanten nicht die ganze Zeit verwendet werden, sondern nur, wenn ein Konflikt vorherrscht. Also wenn alles mit rechten Dingen zugeht, wenn es keine Probleme gibt, werden die gar nicht benötigt. Ja, zum Schluss die Frage, die sich natürlich viele stellen, kann Rayblox Bitcoin ablösen? Was man dazu beachten muss natürlich, ist, dass es natürlich sein kann, dass Rayblox die viel, viel bessere Technologie besitzt. Viele andere Kryptowährungen haben aber auch eine bessere Technologie als Bitcoin. Allerdings muss man aber auch beachten, dass keine andere Währung im gleichen Rahmen getestet wurde, wie Bitcoin es schon hinter sich hat. Also man muss abwarten, ob diese Blockgitter-Infrastruktur auch funktioniert, wenn es neue Möglichkeiten gibt, das System zu attackieren oder zu spammen. Denn je größer das System ist, desto mehr Leute werden es versuchen, die Schwachstellen von diesem System herauszufinden und gegebenenfalls auch auszunutzen. Vor allem auch, wenn der Preis immer höher wird. Das Zweite ist, was wichtig ist, dass man sich die Frage stellen muss, gewinnt immer die bessere Technologie? Denn meiner Meinung nach ist dies nicht der Fall, wenn man sich die Vergangenheit anschaut. Abgesehen jetzt vom Kryptomarkt, wird man schnell feststellen, nicht immer die beste Technologie setzt sich durch, sondern es hängen viele andere Faktoren ab, die zu einer Popularität führen. Auf jeden Fall hat Raybox ein sehr cooles, interessantes System sich da aufgebaut. Und es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Aber wie gesagt, mit der besten Technologie, ich glaube nicht, dass zum Beispiel Microsoft die beste Technologie aller Zeiten hat oder hatte. Aber trotzdem ist es mit der größten Popularität versehen. Und daher muss man immer bei sowas aufpassen, nicht nur auf die Technologie schauen. Aber wenn man sich jetzt hier mal den Kurs anschaut von Rayblocks, innerhalb ein paar Monate von 9 Cent, sogar ganz am Anfang können wir mal schauen, März 2017, nicht mal ein ganzer Cent war der Wert. Und wir waren schon über 35 Dollar. Im Moment bei 25 Dollar. Kleiner Absacker hier. Es wurde bei Binance gewotet, welcher Coin als nächstes kommen soll. Rayblocks hat da gewonnen. Also es wird Rayblocks bald auf Binance geben. Im Moment gibt es eher auf kleineren Exchanges, wo viele jetzt nicht angemeldet sind. Und ich denke, wenn jetzt es auf Binance kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da natürlich viel mehr Volumen, also nicht nur vorstellen, dann wird es so sein, da wird mehr Volumen in den Coin reinkommen und dann auch für viel mehr Leute möglich sein, in diesen Coin zu investieren. Also sehr cooles Projekt. das Projekt machenines Ómeres und dannhoßer schrauben